Zweiter Aufruf machte eins, André, die Rinser, weiter. Matthias Schuch, Kampfnummer 191, ZD und 39 Kilo. Jannis Gammann, von der wurde von der Branche aus dem Land geboren hat. Es ist ein Wettbewerb und das ist eine Wettbewerb. Aufruf! Wir sind ein Wettbewerb. Ja. Ja, hier ist ein Wettbewerb. Ja, Herr Klapp, das ist ein Wettbewerb.